Manchmal würde ich gerne eine halbe Stunde, eine dreiviertel Stunde trainieren, aber das geht sich dann meistens nicht aus. Oder bis man sich aufracht, ist es schon wieder zu spät. Schaut man auf die Uhr und sagt, okay, das war's wieder mal. Manchmal kommt man auch darauf, dass man ganz spontan was machen will. Und dass ich es allein machen kann, weil ich bin jetzt nicht so das Gesellschaftsstil im hübschen Fitnesskleid. Man kann es einfach angenehm machen, weil... Da schaut einem niemand zu. Und wenn ich in der Früh vorm Arbeiten Lust habe, dann mache ich es. Dazwischen mache ich es und am Abend, wenn ich Lust habe und noch Energie habe, dann mache ich es auch. Da ist das Ideal, ich werde jetzt noch ein bisschen was ausprobieren, vielleicht das Rückenprogramm Pilates. Was mir auch gut gefällt bei dieser Sache, diese Vielfältigkeit. Mir gefällt sehr gut Yoga, mir gefällt sehr gut das Training der Rückenmuskulatur, Stärkung der Nackenmuskulatur, Entspannungsübungen. Ein Fitnesscenter, da musst du dir mal anschauen, die stinkigen, schwitzigen oder die Oberparfümierten. Und die, die stolz sind auf ihren Bizeps, Trizeps oder was auch immer, die von dir auf und ab gehen. Und ich finde es einfach furchtbar in den Fitnesscentern, diese Problemzonen-Trainings, weil die nicht auf meine Problemzonen ausgerichtet sind. Personal Coaches finde ich super. Ich brauche auch wirklich ein Trainingsprogramm, das man hier zusammenstellt. Ich verwende dieses Programm einfach wahnsinnig gerne. Sensationell. Man kann es sogar auf einem kleinen Laptop machen, man braucht nicht unbedingt keinen großen Fernseher. Es ist total einfach zu verwenden. Wirklich, es ist deppensicher. Das Erinnerungsservice finde ich auf der einen Seite schlecht, weil es mein schlechtes Gewissen natürlich schürt, auf der anderen Seite wäre ich dazu getriggelt, wieder was zu machen. Und das ist für meinen Körper ja nicht schlecht. Das einzige Problem ist, es gibt keine Ausrede mehr, nichts zu tun. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.